Sehr geehrte Damen und Herren, die Bibliothek wird in 30 Minuten geschlossen. Bitte beachten Sie, dass sich die Computerarbeitsplätze zu dieser Zeit automatisch abschalten. Ladies and gentlemen, the library will close in 30 minutes. Please remember that the computers will then shut down automatically. Thank you for your understanding. Thank you. Thank you.